In der asiatischen Bergregion wird mit so einem Steinhard sogar der Wolf gejagt. Wolfsjagd ist der Kult, jeder will so einen Adler haben, der einen Wolf getötet hat. Aber der ist nicht für die Jagd vorgesehen. Er ist Schauspieler, hat seit 1995 begonnen in Bad Segeberg bei den Karmai-Spielen. Das hat er fünfmal gemacht und seitdem wird um ganz Deutschland herumgereicht, für den Fernseher die Arte, wo ein Adler gebraucht wird. Achso, der fliegt dann auch frei und kommt auf Zuruf dann, oder? Ja, er macht das dann auf Zuruf, weil bei so einem Schauspiel wie Bad Segeberg wird es ja geprobt und da hat man ja auch entsprechende Hilfsmöglichkeiten, aber das läuft dann auf die Sekunde ab. Das muss ja stimmen in so einem Theater, man kann ja nie was anderes machen. Weil ja die Schauspieler auf diese Aktion eingerichtet sind und auch der Inhalt und der Text sich ja darauf bezieht.